Muziala, 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 Muziala Riemann und Goretzka. Nochmal Muziala, der hat Bock und er macht ihn rein. Sie können doch noch treffen. 1-0, 14. Minute. Muziala, 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 Muziala. Jetzt sind 17 Heimspiele in Folge, in denen sie getroffen haben. Problem zuletzt, sie haben tatsächlich immer nur ein Tor gemacht. Aber jetzt waren sie zwei. Bochum führt Schlotterbeck. Der VfL dreht das Spiel. Und jetzt kommt nicht richtig ran. Deswegen nochmal Stöger. Stöger. Freistoß oder zeigt er eher Richtung Punkt? Upamecano und das Duell gegen Kevin Schlotterbeck. Geht mit dem Ellbogen da raus. Gelb-Rot, Upamecano. Es war der Fingerzeig auf den Punkt. Wieder geht Upamecano, wieder sind die Bayern genau wie in Rom in Unterzahl. Jetzt steht da nicht Ciro Immobile, jetzt steht da Kevin Stöger. Ein Tor vorbereitet und jetzt die Chance aufs Dritte für den VfL an diesem Abend. Neuer dran und der Ball trotzdem drin. 3-1 VfL. Schlotter wird gleich kommen. Von VfL und Matis Tell. Matis Tell. Ordez, viel Hand dabei. Ball im Spiel. Ball im Tor. Die Bayern verkürzen den Unterzahl. Harry Kane. 87. Minute. Wir müssen ganz klar sagen, Tell und Sané sind...